Ruhig ist es in Ungedanken bei Fritzlar. Doch die Stille wird je unterbrochen. Die Rasselbande ist unterwegs. Wir machen das, weil die Glocken schweigen. Und zwar machen wir das ja das zehnte Mal. Und die Glocken schweigen von Gründonnerstag bis in der Osternacht. Und wir rasseln um 6 Uhr morgens, 12 Uhr mittags, 6 Uhr abends für das Angelus-Geläut. Der Ruf der Rassler zum Gebet klingt dann so. Wir rufen den Christen zum englischen Buch. Nach Ostern ist der Spuk vorüber und es kehrt wieder Ruhe ein bis zum kommenden Jahr. 20 bis 21 2 0 36 39 40 40 Vielen Dank.